Jetzt ist Tocolino-Zeit! Das bin ich! So, ganz vorsichtig. Erst einer, dann zwei. Der ist schön. Dann nehmen wir noch den. Hier ist noch ein schöner. So, jetzt haben wir genug Äpfel. Hey! Carlito! Du hast ja den ganzen Korb leer gefuttert. Wieder voll. Genau, Muppidu! Jetzt ist Tocolino-Zeit! Das bin ich! Rot ist meine Lieblingsfarbe. Blau? Ich hab die Latte doch rot angemalt. So, jetzt aber. Was? Hier stimmt doch was nicht. Na, warte. Gleich werde ich ja sehen, wer die Leiter immer wieder blau macht. Florina? Erwischt! Ja? Ich bemale die Leiter doch nur mit meiner Lieblingsfarbe. Hm. Aber ich mag Rotvieh lieber. Ich weiß, was wir machen. Cool! Muppidu! Jetzt ist Tocolino-Zeit! Das bin ich! Schubididub-di-dub-di-dub-di-dum! Hey! Hä? Hast du Lust, noch mehr coole Videos zu sehen? Dann tippe jetzt ein Video an. Viel Spaß und bis gleich! Dein Tocolino!